Mit der Hitzewelle in Frankreich müssen sich die Menschen örtlich auf Temperaturen bis zu 42 Grad einstellen. In zwölf Departments ist die Warnstufe rot ausgerufen worden. Die höchsten Temperaturen in Frankreich werden am Samstag erwartet, am heißesten soll es im Südwesten werden. Nahezu flächendeckend können aber Werte von bis zu 40 Grad erreicht werden. Premierministerin Elisabeth Bonny mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht. Die Menschen sollen genügend trinken, sich im Kühlen aufhalten und nach ihren Nachbarn schauen. Mehrere Städte erweitern die Öffnungszeiten der Parks und stellen Nebelmaschinen auf. Die französische Regierung hat außerdem Vorkehrungen zum Schutz von Obdachlosen und alten Menschen getroffen. Sie will 500 Millionen Euro in die Begrünung der Innenstädter investieren, um frische Oasen zu schaffen. Wegen mehrerer gleichzeitiger Waldbrände aufgrund der Hitzewelle ist unterdessen im spanischen Katalonien Großalarm ausgerufen worden. Bisher sind insgesamt etwa 1100 Hektar Wald und Buschland vernichtet worden. Neben den Berufsfeuerwehren sind in Katalonien auch Hubschrauber, Drohnen und Einheiten der Sonderabteilung des Militärs für Notfälle im Einsatz. Die Flammen in den Gebieten, in denen es zu wenig geregnet hat, werden durch eine Hitzewelle und teilweise heftige Winde noch angefacht. Am meisten Sorgen bereitet ein Brand rund 130 Kilometer nordwestlich von Barcelona. Seit Ausbruch des Feuers sind dort mehr als 500 Hektar Wald vernichtet worden. Sollten die Flammen an der Südflanke nicht gestoppt werden können, droht sich der Brand auszubreiten, um bis zu 20.000 Hektar Wald zu erfassen. Die Behörden riefen alle Bauern der Region auf, mit ihren Traktoren und Flügen dabei zu helfen, Brandschneisen anzulegen. Spanien leidet derzeit unter einer ungewöhnlich frühen und langen Hitzewelle. Seit dem Wochenende werden in vielen Landesteilen Temperaturen von 35 bis weit über 40 Grad gemessen. Seit Jahresbeginn sind schon mehr als 19.000 Hektar Wald und Buschland verbrannt. Experten führen die Entwicklung auf die Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels zurück. In Frankreich handelt es sich um die früheste Hitzeperiode in einem Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Land. Die hohen Temperaturen verschlimmern die Trockenheit der Böden, die den Landwirten nach einem niederschlagsamen Winter und Frühjahr bereits große Sorgen macht. Im Süden Frankreichs ist örtlich auch Ozonalarm ausgerufen worden.